Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier spricht wieder euer Luxlike Link und ich habe mal wieder Lust auf ein richtig schönes Mario Jump in One. Und welches Spiel bietet sich da besser an als New Super Mario Brothers für den DS? Boah, habt ihr das gesehen? Aus der Rückhand. Einfach plopp. Sorry. Und ah verdammt, doch nicht alle geschafft. Das hat doch mal viele Leben gegeben. Die brauchen wir. Wow. Das war ja, also das war ja gekonnt. Wow, jetzt bloß nicht sterben. Bitte jetzt nicht sterben. Jetzt mach doch bloß keinen Mist hier, Mann. Und geh einfach ins Ziel. Wow. Was? Habt ihr das gesehen? Oh, Mann. Es war so klar. Naja, okay. Was soll's mal mit jetzt? Ich mach's nochmal. Oh. Da hab ich den Boden nicht gesehen. Oh, was macht er? Oh, was macht er? Oh, was macht er? Wow, wow, seine Kinder. Er kann mit seinen Kindern voll den Schoß machen. Na toll, das Schlechtste, was geht Ah, ich könnte es aber vielleicht schaffen Warte mal So, einfach mal Ja, na klar, genau in die Mitte So, her damit Zack Ja, ist klar Genau ins Loch So, das war die erste Ja Die andere war dann hier oben Die ich natürlich so nicht kriege Oh Gott Nein, warte Vielleicht erst mal voll da oben stecken Ich hab auch irgendwie Ach Mann, ey Alter, voll weit zurückgebasht, ey Das sieht aus, Mann, das sieht aus Warte mal, warte, ist das ja so ein Doppelverarsche irgendwie Nee, okay Dass ich hier noch irgendwo anders lang kann Ja, doch, doch, doch Ja, Doppelverarsche hier, was war das denn Jetzt noch weiter Oder auch nicht Oh, sofort tot, Alter Oh, wie hart Scheiße Oh, meine Güte Ah, das war jetzt dumm, oh Gott Oder auch nicht Oh, Alter Habt ihr das gesehen Äh, los, kommt schon Hübs Doch, Mann Ja Ist Okay, Treffer 1 Jetzt wirft er seine Scheißdinger Ah, Dödelda-dam, neodam, badadam Habt, und Scheiße Natürlich hat er ihn auch reingeschwommen, ey Richtig so, Kanten geschlagen, so Hm, du willst da hin? Komm Oh, die sind hier ein Tropfen Voll gemein Was, hau ab Hau ab Das, ey Wenn er abhauen soll, haut er natürlich nicht ab So richtig fies, Mann Hier regnet jetzt Meteoriten runter Oh, die man voll reinspringen kann, ey Also richtig so ein Schaf Oh, wenn er jumped Oh, Alter Yeah, da Feuerbattle hier Und tschüss Das war doch mal geil, oder? Oh, Alter Prinzessin Peach Wir haben dich gerettet Oh, hat das Ohr geküsst Leute Das war's Oh, schön, ey